Hallo, heute für euch der wirklich leckerste Brotaufstrich der Welt, vielleicht. Und zwar mit dem leckeren Namen Den Gamle Fabrik Himbeere Fruchtaufstrich. Sehr delikat, sehr hochwertig verarbeitet in Glas statt Plastik mit schönem kleinen Aludeckel. Ähm, unsere Tochter liebt ihn, weil da keine Kerne oder Fruchtstücke drin sind, sondern komplett streichzart püriert. Und er ist zuckersüß, hat bestimmt sehr, sehr, sehr viel Zucker, schmeckt aber total lecker und ist wohl der beste, ja, marmeladenähnliche streichzarte Fruchtaufstrich, den es gibt hier Himbeer, sehr, sehr gut. Leider schweineteuer und der Name ist etwas seltsam für Deutsche, geht der Autofokus, sehr geht, den Gamle. Klingt irgendwie vergammelt, aber auf Dänisch, weil das eine dänische Marke, heißt es bestimmt etwas total leckeres, wie super leckerer Streichaufstrich oder irgendwas. Aber auf Deutsch klingt es halt vergammelt. Himbeere Lecker Dankeschön Daumen Dankeschön 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 Dankeschön